Hallo, hier ist Ronja und heute spielen wir mal wieder Hallen Sieg, diesmal auf der Piratenschiff-Map. Und ja, ich hab die Map noch nicht gesehen, ich weiß nicht, es gibt wohl neue Power-Ups und neue Items für die Haider und Seeker. Das heißt, es ist ein bisschen mehr advanced als letztes Mal. Falls ihr die Folge vom letzten Mal nicht gesehen habt, hier oben ist sie eingeblendet, da haben wir uns auf einer Pizza versteckt. Diesmal ist es wahrscheinlich ein bisschen realistischer, aber naja, los geht's! Heißt nicht dieses eine Lied, irgendwie dieses Ferry, Sherry oder wie heißt das? Ich kenn's nicht, Sherry, Sherry, Lady, die keine Ahnung, Leute, weißt du was? Sling's, Sling's bei unserer Karaoke-Folge. Nein, Leute, wir machen nämlich noch eine Folge Karaoke mit Tobes hier, weil wir haben 10.000 Lens geschafft, aber Leute, Minecraft Challenge, was machen wir? Wir spielen im Prinzip Heiden Sieg hier, wir haben schon viele andere Folgen gemacht von Heiden Sieg mit Antmund Heiden Sieg und vor allem Pizza Heiden Sieg, glaub's vor kurzem, bei mir und Ronja. Schaut euch Resume unbedingt mal an hier, auf eine ultra saftige Folge, aber ich bin jetzt erstmal hier Heider und Ronja ist auch hier und Tobes ist der Sucher hier, genau. Ich starte mal das ganze hier. Oh, geht's, okay. Okay, fünf Minuten, äh, Powerups an, äh, Sportrate fast, okay. Oh, okay, was gibt's denn hier alles? Ich spiel's hier Piraten als Sieg und wir müssen uns verstecken irgendwo auf dem Schiff hier, okay? Äh, oh Gott, ist das groß. Warte mal. Ich seh'n Geheimwärter schon, Ronja. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Du siehst den Heimgang? Oh, ich glaub hier oben, soll ich mich nicht verstecken. Ich hab's gefunden. Es gibt ein Altar, Ronja, und äh, oh lol, aber... Oh, ich glaub, ich hab' ne Idee. Oh mein Gott, Perlsafe. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab' das, ich hab' das, ich hab' das, ich hab' das. Okay, bei mir ist schon keine Perle gespawnt. Es gibt drei Perlen-Spawn-Punkte. Oh, wer ist das? Oh, warte mal. Nein, das bin ich nicht. Hopp! Oh mein Gott. Es gibt drei Perlen, die spawnen können. Oder drei Orte. Aber nur in einem von den drei Orten spawnt eine Perle. Oh mein Gott, ich hab'n Geheimgang. Ich hör' jemanden. 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 Oh Gott, ich hab' Angst. Oh, okay. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, Tobs war ja ein Block neben mir. Ist hier keine Leiter mehr? Kann ich nicht hier weiter? Warte mal, ist hier? Ist hier was? Wo ist Tobs? Hast du was spawnen? Ah, du Tobs noch. Tobs gerade mir vorbeigerannt. Hä? Was? Du willst mich verabeln. Du willst mich verabeln. Nein! Nein! Ey Junge! Warte, hat Tobs mich schon gefunden? Junge! Nein! Ich bin... Unauffindbar. Ich hab' das... Real hab' ich gehört. Oh nein. Ich weiß nicht wohl Zeit. Ich hab' dich fast irgendwie wieder rausgebracht. Na ja, gut. Du kannst halt nicht ewig entkommen, weißt du? Wo... Wo seid ihr denn? Wo... So ungefähr? Wo bist du denn? Ronja, äh... Bitte einmal schreien, wo du bist, ja? Ich hab' hier... Ah, das ist Tobs. Sag' grad, ich hab Ronja gefunden. Wow. Ja, ich hab' euch gesehen. Ich hab' euch gesehen. Ich hab' euch gesehen. Okay, das hat sie jetzt... Das sagt bloß, sagt sie ihn nur so. Warte mal. Punchbau? Oh! Ich hab' den Punchbau. Aber ich sag', ich bin sicher. Irgendwie. Holja, gib' mal einen Tipp. Äh, ich... Ich bin bei Holz. Wow. Hm. Pearl... Ah! Ah! Ah, jetzt soll ich nicht wie diese Pearl... Aber ich weiß nicht, wo die anderen Pearl-Sachen sind. Als, 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 äh, sicher? Als Sucher? Oh, ich seh' euch rumwurseln. Ich hab' ein bisschen Schiss. Ahhhh. Lol. Okay. Oh, nein. Im Wasser stirbst du? Warte. Im Wasser stirbst du? Ich dachte, im Wasser stirbt man nicht. Was? Warte. Stirbt Tops? Ich bin im Wasser gestorben. Nice. Ah, wie ärgerlich. Toll. Also, ich bin, äh... Ich bin auch oben. Du bist oben. Achso. Also hast du einen Höhenflug oder wie? Ah! Was? Weil du oben bist und so weiter. Ja, ich bin hier hochgejumpt und runnt wie ein Junge. Oh Gott. Und ja, es ist schön, wenn du mich siehst, aber du wirst hier nicht herkommen. Ich schlag' dich weg und dann fällst du ins Wasser und bist tot. Komm' doch, Flo. Komm' doch! Versuch's doch, hm? Oh Gott. Ich hab' sie getroffen. Ich hab' sie. Nein, nein. In dem Moment hab' ich genau geschossen, so wie... Ich hab' sie eigentlich getroffen. Jetzt noch mal vielleicht suchen gehen, weil, äh... Nö. Nö, ich auch nicht. Ich hab' sie eigentlich... Achso, ich muss doch hier nicht kennen, so. Bei dir war's ja relativ schnell. Ich meine, wenn, äh... So, ich versteck' mich jetzt woanders. Diesmal war's nicht so gut. Ich... Bin ganz ehrlich. Hatte... Hatte seine Schwächen. Ich hab' gedacht, das Jump'n'Run, da kann ich echt weg... Hat man diesmal keinen Knockback? So wie... So wie letztes Mal? Ich hab' voll auf den Knockback gebaut. Irgendwie... Was ist ein Knockback? Ne, dass du zurückgeschlagen wirst bei Schrägen. Ja, aber wo hat man das? Oh! WUH! Ich wurde grad hochgepisstend. Crazy. Äh... Okay, irgendwie ist man oft in diesen Jump'n'Run-Situationen oben. Doch. Warte mal. Die Frage ist, komme ich da jetzt noch höher? Die Antwort ist... Nein. Bin ich jetzt einfach wieder... Oh. Honja ist einfach wieder voll in ihre eigene Welt. Heißt du? Ja, ich hab... Ich... Versuch mich hier zu orientieren. Mhm. Aber... Ich hab Schwierigkeiten. Das ist auch ein Gest... Ey. Ich... Das Schöne ist, du kannst als Sucher... Kannst du einfach frei umherlaufen und einfach Verstecke suchen. Weißt du, dann kannst du die nicht verwenden als... Äh... Als Heider. Äh... Hier ist nämlich auch... Okay, ich bin 1A versteckt. Ich hab Papa gehört. Hast du's gehört? Irgendwie das Gefühl... Nicht... Ich behalte das Gefühl nicht los. Warte mal. Hier geht's... Wo geht's denn hier überall lang? Ich hab... Ich hab einen von diesen Pistendingern gefunden, die dich hochschleudern. Und ich war voll irritiert. Ey, Leute, Leute. Bist du weg? Ey, ich hab dich grad so brutal ausgetrickst, gell? Hä? LOL, Alter. Junge, die Geheimgänge sind mega heftig. Ey, es ist aber schon eine Perle gespawnt, gell? Ist schon. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich hab mich grad ultra schon von dem Rüstumständer. Okay, ich such jetzt die Perle. Okay, Flo? Rüstumständer? Ich weiß, wo du bist, Flo. Ich weiß, wo du bist. Nein, nein. Oh mein Gott. Rani, wo bist du? Äh, ich bin... Ich kann's nicht sagen, weil Tops jetzt auch. Was denn nur ich verstehe und nicht Tops? Äh, Code... 5. Code 5? Oh, ich hab nur einen Geheimgang gefunden. Okay. Was bedeutet Code 5? Hä? Was ist Code 5? Ich könnte hier campen. Oh, oh, oh. Oh, ich sehe Tops. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab... Ich war... Ah, ich hab das Invisibility-Ding gesehen. Und ich war excited und hab mir gedacht... Oh ja! Das schnapp ich mir! Nein! Warte, mein Speed? Warte mal. Warte, krieg ich jetzt Invisibility? Auch wenn ich Heide... Ey, woher habt ihr auch Infekte? Ich will auch Infekt haben! Hier ist so ein... Hier! Da! Kann ich mir das jetzt schnappen? Ich will... Ja! Da! Invisibility hab ich jetzt! Also, kann ich mir... Ey, wo seid ihr denn? Nein, ich hab keine Anzeige! Ich werde dich aber anzeigen, wo du mich findest! Warte, der oben? Warte, der oben? Warte, was? Guck, 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 guck! Ich bin hinter dir! Siehst du, ich bin hinter dir! Aber du siehst mich nicht! Ich bin unsichtbar! Wiii! Ich hab keine Ahnung, was ihr macht! Aber ihr werdet mich auch nicht finden! Oh, ich wünschte, ich hätte das gekriegt! Dann hätte ich überlebt! Oh! Feuerwerk! Hab ich gefunden! Ganz ruhig! Warte mal! Oh! 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 Wie setz ich Feuerwerk ein? Hier, so! Plus 10 Sekunden! Hä, was bringt dir das? Ja, wir haben mehr Zeit als... Achso! Ich verstehe dich! Und dafür habt ihr halt schon mehr Zeit! Ja! Oh! Ich hab noch... Ich find die ganze Zeit Stuff! Das ist ja crazy! Oh mein Gott! Ich hab voll das gut! Warte mal! Hier ist bestimmt Flo! Das ist so ein gutes Versteck! Noch eins! Curse-Alter! Äh! Nein! Curse-Alter! Ronja! Ein Curse-Alter ist nicht das, was du denkst, was es ist! Hä? Es ist leider inaktiv! Das ist für die Haider! Ja! Das ist auch inaktiv! Wo denn? Wo denn? Bei den Segeln? Nein! So oben! Hop! 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 Now, Hop! 安h Da bist du tot. Jaaa. Warte, bist du jetzt schon tot? Oh, warte. Nein, 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 Ronja. Oh mein, what? Warte, was? Ich bin sicker, oder? Warte, du bist sicker. Boah, hast du mich so geschleudert. Warte, 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 da hinten ist der Pearlsafe. Jetzt überlebst du wenigstens den Sprung. Warte mal, ich will zum Pearlsafe gehen. Ja, und jetzt werde ich wahrscheinlich nie jemanden finden, weil alle von euch sind Top-Sucher. Außer ich. Wenn ich mal jemanden suche, dann sind alle unsichtbar. Komm ich da rein? Warte, da ist jemand. Ich hab's gesehen, aber ich komm nicht rein. Da ist ein dummer... Mein Gang, ich komm nicht rein. Warte, hier, 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 hier. Auf mich schaff, auf mich schaff, auf mich schaff bei diesen Gettern. Oh, ich weiß, ey, ich weiß, wer da reinkommt. Geh rauf, geh rauf, geh. Oh mein Gott, er ist hinter diesem... Ah, easy, easy. Damn! Ich bin so gut. Wie komm denn da rein, Top-Sucher? Oh, leider, komm nach ganz hinten. Was war das? 15 Sekunden? 20? Hau, nein. Es gibt irgendwo ein paar Ultropie versteckt. Ich bin noch leider. Ich bin noch mal Sieger. Ich will noch mal gewinnen. Okay, ja, das ist ganz cool. Okay, auf geht's. Äh, ich kann nicht! Jetzt. Okay, Top-Sucher, komm mit Top-Sucher, komm mit Top-Sucher, komm mit Top-Sucher. Noch 20 Sekunden. Du musst mich mal cool machen, das ist super simple. Nein, 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 nein. Ja, dann camp du mal mit den anderen Pearl-Safes, okay? Was ist denn hier campen? Wer camp denn? Ich hab so... Oh, das sieht genauso aus wie der, wo Ronja Ultrat den Schrei gemacht hat, das Mal. Das hab ich einmal geschrien und das hängt mir nach für immer und ewig. Okay, ich bin ready. Diesmal hab ich natürlich nicht so einen Freestart so wie letztes Mal, aber ich sag... Ey, hier war noch keiner von uns hier unten, lol. Wo unten? Äh... Was meinst du? Oben mein ich, oben mein ich. Ähm... Natürlich meinst du oben. Ich schau mal, wo Ronja ist. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Also ich... Was? Er ist rechts von dir in dieser Höhle. Da oben. Bis du... Bist du... Oh, steh, 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 steh. Du, der war wirklich da, ich hab mir gejolt. Oh, du bist... Oh. Weißt du, Topf, weißt du was du bist? Und dann in zu anderen ende meinst du bist? Tod bist du. Tod. Ich hab grad nur. Uuuhh. Ich hante dich. Oh, ich hab Speed gefunden. Oh, du bist so tot. Ja, ich hab die Pirle. Warte, wieso dropp? Wieso steht der Drop? ich kann es nicht benutzen ich werde dann ich kann ja ich kann ja dann währenddessen ich bin unterwegs 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 ich habe mich einfach umgebracht das war ein taktischer move ich bin ich bin ich bin ich bin hier oben auf so einer flagge auf so einer weißen ich sehe ich sehe feuerwerke und ich mache so etwas kaputt ich bin schon wieder ins wasser gefallen Eieieieiei Ich glaub du brauchst ein bisschen Hilfe dazu Nein, ich brauch keine Hilfe, ich bin höchst kompetent Wie brauchst du denn? Oh ich seh dich Hier ist eine kleine Ronja, die gerade versucht Parcours zu machen, jetzt seh ich sie sogar durch die Wand Ich seh dich Ronja Und jetzt seh ich die nicht mehr Hallo Ronja, oh mein Gott Warte Oh nein Ich seh Ronja Ok Ronja, jetzt nicht mehr Oh, ich bin so ein Parcours Genius Oh, warte Läufst du nicht genau gegengesetzte Richtung von mir Was? Nein, ich hab dich gesehen, ich hab dich gehuntet Was? Oh nein Oh Mist Warte mal, jetzt hab ich ein Problem Jetzt hab ich tatsächlich ein Problem Oh warte, warte, warte Das ist so Tito, ich komm hier nicht hoch, hier ist blubber Zaun Komm jetzt her Jaaa Ich seh, ich muss mich jetzt umbringen Weil da war ein Zaun Ich kam da nicht hoch Ich werd so wüht Was sagt euch? Ich bin am Brodeln Wo seid ihr? Ich verliere euch ständig, das ist furchtbar Oh! Ok, wenn du jetzt hier noch einmal aufmuckst Ich sag's dir, du bist so tot Nein, nein Oh nein, ist Tops tot? Tops ist tot, oder? Ich bin tot, jetzt hast du nen Feind Nein, ihr werdet mich aber nicht finden Warte mal, wir haben nicht mehr viel Zeit Und ich bin unsichtbar sogar noch Warte, ich mach ein Feuerwerk Ähm Wo ist Flo? So, wir müssen diese Feuerwerke sammeln Sonst haben wir keine... Ich glaub Tops weiß, wo ich will So, äh Okay, ich hab nen Punchbow Und ich bin bereit Zu kämpfen Ok, Rania, ich bin... Soll ich sagen, wo ich bin, Rania? Ja bitte, bitte, bitte Ich bin grad zwei Blöcke, ein Block neben dir Zwei Block neben dir So, und... So, und... Loil, Tops, du warst nicht mal tot Hä? Du warst nicht tot? Loil! Was? War nicht? Was? Ehrlich? Ich bin gespannt Also hier startet man Oh, loil! Man hat nicht mal bleibt Man kann Parkour machen, merk ich grad hier Ja Wow Das sind die Verbesserungen Ich lauf doch, was ist das Problem? Oh, ok Ja, jetzt macht ihr ne Schwere Aber Dafür, dass ich so früh frei bin Oh, die sind stark mieten, oder? Und was ist das? Ich weiß nicht Disco rein? Aber, Leute, zum Glück bin ich blind wie ne Kuh Oder blind wie... Was ist blind? Sag mal Ich hab gewonnen Ich bin in nem OP versteckt Blind wie ein Dachs? Ich hab einfach gewonnen Ihr könnt nicht mehr gewinnen Perle ist gespawnt, ok Gehst du schonmal nicht? Ihr dürft die Perle nicht bekommen Und ich camp jetzt, ok? Weißt du? Du musst uns finden Und ich bin in dem OP versteckt schlechthin Ok, alles klar Du hast keine Chance Wow Ich seh dich, aber du siehst mich nicht Ey, Mensch, Moment Ich hab Speed Mal schauen Ok, also siehst mich Ok, mal schauen Ich hab mir die Perle campen Oh mein Gott Ich bin so gut Ich bin so gut Ich bin tot Ok Ich schau mal nehm ich mal wo die Perle ist Ihr könnt euch ruhig verstecken Ja, mach Wenn ihr die Perle nicht habt, habt ihr eh keine Chance Warte mal Ich lass aber die Zeit ablaufen Ich bin da ganz entspannt Tiefen entspannt Könnte man fast sagen Oh nein Der roten Flagge 100% Ich bin auf nem Schiff Nein Ich fand es war so gewollt Du bist jetzt zu was angefallen Ich hab's platschen gehört Oh 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 Noch 40 Sekunden sind es, hm Zu langsam mal Klapp, oder? Hier in der Nähe Hier in der Nähe Schau mal her Schau mal her Hier irgendwo hier Dort wo ich grad bin in dem Radius Das hat es nämlich gehört Irgendwo ich unten, muss ich sagen Ok Ronco, wo bist du? Ich bin, äh Ich bin versteckt Ronco Böses Ronco Ich bin versteckt Ey, bist du hinter dem Bild? Ich bin versteckt Ich bin versteckt Ey, wo bist du? Ich bin in nem Versteck Du bist im Untergrund Lock irgendwo Ich bin vor allem sehr zufrieden Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Hab keine Drei Zwei Ich bin zu gut Ich war versteckt Ronja Ronja Ja Ich war bei jedem Bildgeheimgang ausgeschlagen Wirklich? Wirklich? Auf geht's Ja, Topos Mach du nochmal Weil ich so schön war Abonniere Sekunden drin Also passt wirklich auf hier Wir müssen Jaja Du müsstest wirklich aufpassen Ah Bop 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 Oh nein Komm mit Komm mit Komm mit Ich bin falsch in Richtung Nein Nein Bleib stehen Flo Okay Ich werde das den Parcum machen Und dann willst du fallen Ist das so? Wollen wir wetten? Ja Komm Ich werde nicht stehen bleiben Du hast keine Chance Oh Was? Ja Wer von euch ist das Wasser gefallen? Oh mein Gott Ronja Topos ist das Wasser gefallen Oh Oh Ja Ronja ich hab einen so guten Geheimgang Wirklich? Wenn ich dir den zeigt dann Oh nein ich werde Topos Okay warte wo 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 bist du? Gib mir den Codenamen durch Nein Ihr müsst euren komischen Codenamen Gib mir den Codenamen durch Ich bin den Codenamen Ähm Unerreichbar Alles klar verstanden So würde ich meinen Geheimgang bezeichnen Okay Oh mein Gott wie unfair Der Topos läuft gerade genau in die andere Richtung wo ich nicht bin Es ist so geil Nein Nein Topos Nein Geh weg Geh weg Topos Nein Oh Soll ich rauslaufen? Ah Der Pearlsafes ist empty Ah der Pearlsafes ist empty Ronja komm doch mal zu mir Ich bin Ich bin Ich suche hier die Pearlsafes durch Ach so Ja genau Du such die Du such die beiden Es gibt eine in der anderen Höhle und eine im Schiff Mach mal Ich hab dir im Schiff schon geschaut da ist nichts drin Ey Topos Ein kleiner Tipp Ich bin gerade unter dir Aber ich bin jetzt akut auf der Suche nach dem anderen Nein Hopp Ey Topos Ich bin gerade wie ein blinder Dackel hier Wie stellst du den blinden Dackel vor? Äh Flach wie ein Dackel aber trotzdem blind Ey ich seh Topos nicht Aber ich seh das ganze als ein Name Tag Aber jetzt wieder ganz kleiner Name Tag Ey richtig geil Warte mal Warte mal Ich geh jetzt in die Höhle Läuft am Schiff herum Ne jetzt nicht mehr Das ist gerade richtig obvious Ich bin überhaupt nicht obvious Ich bin gut versteckt Bestens versteckt könnte man sagen Okay alles geil jetzt kann ich wieder rausgehen Ähm Perle schummeln nicht bei mir Das heißt sie ist entweder in der anderen Höhle oder am Schiff Die muss auf der anderen Höhle sein Ich hab im Schiff geguckt Ey Ronny du bist heute wirklich nicht bei dein Feuerwerk Echt? Hab die Perle Ey wir haben jetzt viel weniger Power-Ups gell Achso Warte wie nimmt man die Perle? Weiße Hab die Perle Äh Jetzt muss ich nur noch Ich muss rechts klicken auf die Perle oder? Wenn ich sie benutzen will Oder musst du sie irgendwie opfern Nein du musst äh Du musst den Fernseher gegen PC schmeißen Du musst sie zu so einem Dings bringen Du musst sie zu dem Altar bringen Ja einem Altar Auf dem Schiff war einer gell Ja das bin ich 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 Sie hat nur die Perle! Ich bin so wütend. Ist sie für eine random save die Perle, oder? Das weiß ich nicht. Ach, geil. Ey, schau mal bitte, ist sie unten hier top? Ja. Ist nicht schlimm, ich finde jetzt Flo dafür. Nein. Nein. Ich habe immer noch, oh mein Gott. Ich habe immer noch mein Top-Kämpfersteck. Ich sehe dich, Flo. Wie top kann es sein? Der ist auf dem Schiff, der ist auf dem Schiff, der ist auf dem Schiff. Auf dem Schiff? Oh, warte, ich habe ihn nicht gesehen, warte, ich sehe ihn. Oh mein Gott, okay. Oh nein, meine Jump'n'Randskills. Bist du auch untergefallen? Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Oh boy. Ihr habt keine Chance, in mich findet. Ihr habt keine Chance, in mich findet. Das ist immer so schlecht. Hätte Top's nicht gefällt, der hat mich nicht gesehen. Ich bin in dem geheimen Versteck, ich bin unsichtbar, wirklich fast. Oh. Ihr würden im Leben nicht drauf kommen, dass hier ein Geheimgang ist. Wirklich? Ja. Ja. Das klang gerade so überzeugend, Flo. Ich wollte sagen, lasst eine Nocturne. Viel mehr Minecraft-Heiden-Seek-Minecraft-Challenge. Schaut bitte in einem Button vorbei. Die haben alle ihre Perspektive aufgenommen. Genau da rein bis zum nächsten Mal. Abonniert mich und ciao. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nie refrigerieren. Dajen Sie mal. Ja, come zuveland.